Ich bin zu groß für den Scheiß. Ja. That sucks. Scheiße. Das ist nicht lustig. Ich fühle mich. Ich fühle old. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ich bin zu zweit. Ich bin zu zweit. Ich bin zu zweit. davon noch, nein, noch drei Tage davon eine Nacht noch hier dann noch eine Nacht im Zelt und dann noch im Motel in Adelaide und dann geht's zurück nach Melbourne und dann fängt heute für mich auch endlich mal das Arbeitsleben an schauen wir mal, ihr seid wie immer immer, immer, live dabei Wolf & Travel Podcast, ciao Outro 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 Das war's. Das war's. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Das war's. Ich habe die Lippstück. Das war's. Ich bin ein... Das war's. Was? Was? We'll be quiet. Nein, we won't. Was? Was? Is it all food? Can I imagine? Is it all food? Yes. Was? Nein. Es ist wirklich... Salz hier. Schmeckt sehr salzig das ganze. Riesen groß. Einer der größten hier. So, Work & Travel Podcast. Am letzten Abend von meiner Reise. Zumindest, äh, von meiner Australien Reise. Äh, wir sind jetzt gerade in Adelaide im Motel. Und, ähm, waren jetzt gerade essen. Und jetzt ist irgendwas um 9 Uhr oder so. Morgen geht's um Viertel vor 5 raus. Ähm, 12 Stunden Fahrt liegen vor uns. Jetzt hört sich alles nicht so brechend an, was soll's. Ich hab hier auf jeden Fall mal, mal wieder ein schönes, ähm, Motelzimmer hier. Mit meinem kleinen Arbeitsgerät im Macbook. Mal zwei Betten, wie immer. Was aber an diesem Zimmer das coolste ist. Ich hab ein Whirlpool. Und ne Dusche und alles. Aber es ist irgendwie ziemlich groß. Ich hab heute auch schon mit dem Whirlpool eine riesen Sauerei gemacht. Äh, da ist noch der Schaum. Und, bevor... Ich mein, ich muss dafür ja nichts sagen. Dementsprechend der Work & Travel Podcast geht natürlich weiter, auch wenn die Reise vorbei ist. Ähm, aber mit mehr Infos jetzt... Ab jetzt wieder, ähm, was die Jobsuche angeht. Weil ich werd wieder auf Jobsuche gehen und es geht wieder los. Und dementsprechend, stay tuned und macht's gut. Ciao.